Das Herz öffnen mit Gefühlspraxis und Qigong ist der Titel meines Programms für den Welt-Tai-Chi- und Qigong-Tag. Mein Name ist Eva Neumer, ich bin Qigong- und Achtsamkeitslehrerin und mich freut es sehr, dass ich an diesem Tag mit dabei sein darf und so eine kurze Routine dir vorstellen darf. Eine Routine, die vielleicht so zu deinem neuen morgendlichen Begleiter werden kann, sodass du auch mit mehr Freude und Dankbarkeit den Tag beginnen kannst. Den Hauptteil dieses Programms bildet die sogenannte Meta-Meditation, Meditation der liebenden Güte, die vor allem die Herzensqualitäten wie Mitgefühl, Dankbarkeit, Freude, Freundlichkeit anspricht. Und in dieser Praxis werden wir zunächst mal beginnen, auch den Körper, den Atem bewusst zu spüren, guten Bodenkontakt zu finden, uns mit dem Himmel zu verbinden und vorab auch eine für das Herz klärende, reinigende Übung machen. Und dann wirklich so in Verbindung mit Qigong-Übungen uns der Mitgefühlspraxis voll und ganz zu widmen. Ja, es würde mich freuen, wenn du dabei bist und die sehr wichtigen Qualitäten für dein Herz auch mehr nähern möchtest. Und ich möchte dir diese Übungsreihe gerne zum Geschenk machen.